Heute ist es immer viel voller als gestern. Das ist jetzt das erste VIP-Bereich. Das ist jetzt eine gute Möglichkeit. Auf der Doppelblock? Auf der Doppelblock? Musik 1, 2, 1, 2, 3, 6 Ich habe gerade ein Foto mit ihm gemacht. Ich bin gerade so am Ziffern. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bist du auch so nervös gerade? Ja unermal. Es war gerade einfach Sam, krasseste Frau Elber, sie hat sich gerade durchgesetzt. Er wollte unbedingt ein Foto. Ja, ich schau. Er kam raus und kam direkt auf Sam. Und er wollte unbedingt ein Foto mit uns einmachen? Aber er hat auch gesagt, mit dir und dir, aber dann noch mit meinem Beidem. Ja. Das war wirklich cool. Ich stelle einfach neben dem Baby. Ich stelle einfach gerade neben ihm was. Was das gerade sehr ist. Er ist kurz vor seinem Auftritt. Er ist ein bisschen klar, er war gerade immer wieder dabei. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Was! Was! Boas! Was! Ou ist er hier. Was! I ! Der wollte gerade auf die Bühne rennen einfach, oh mein Gott. Wir waren jetzt gerade einfach Backstage und haben das ganze Konzert und warte ich von hinten erlebt und das ist, oh mein Gott, oh mein Gott. Inga, wie fühlst du dich? Bist du auch so richtig auf Adrenalin? Nein, ich weiß noch nicht, was man dazu überhaupt sagen kann. Man kann es nicht mal in Worte fassen, was gerade passiert ist. Es war einfach geil. Es war wirklich einfach geil. Das ist einfach mein Lieblingssong jetzt. F in den Chat, F in den Comments. Yes, sir. Yep, yes sir. Smart Women Damit left in I Well, nein. rho tv would r Ein bisschen einfach, ein Lille-Uli-Story. Das ist der letzte Act für heute und wir machen noch ein bisschen Party. Und dann gehen wir auch, glaube ich, nach Hause. Ich sehe dich nicht mehr. Ja, ich sehe dich auch nicht. Guck mal, am ersten Tag, wo wir hier waren, kannst du dich noch erinnern? Es war sonnig, es war schön. Wir sind hier ja quasi reingekommen. Ja. Und dann... Okay, was bockt am meisten nach Party? Genau. Ihr habt einen Tapp gekäbt. Und drei Uhr morgens. Nein! So, Leute. Aktuelle Situation. Sam fährt jetzt noch um fünf Uhr morgens nach Hause. Ein bisschen Snacki-Snack an der Tanke gegönnt, Kaffee. Wir sind so tot. Wir sind wirklich tot. Und die Sonne geht einfach schon auf. Ja, es ist halt einfach schon komplett hell. Es ist zum Abfang einfach. Oh mein Gott. Ja. Aber die Frau zieht durch. Ja. Wir müssen halt aber auch echt einfach noch wirklich pennen, sonst kriegen wir das morgen nicht hin. Es ist echt eine Last. Heute war ein cooler Tag. Hat sich alles genutzt. Ich freu mich auf morgen. Ja, Mann. Bis dann auch morgen zu einem... Ja, ich seh das dann später. Aber morgen gibt's noch meinen Vlog. Bye!